Musik 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 Wer bist denn du? Ich bin der Jessie Der Jessie ist nämlich der Cousinchen von mir und die Stimme von der Jessie Die kennt ihr schon. Wir sind heute mal wieder unterwegs Wo sind wir denn? Wir sind auf dem Wiesenmarkt Juhu Karussell fahren Noch so ne Irre Aber Mieze Aber Semu Das ist eine gute Frage Der Wiesenmarkt hieß nicht immer Wiesenmarkt Das war nämlich mal der Eulbacher Markt Beziehungsweise Eulbacher Wiesenmarkt Und das war ursprünglich ein Vieh, Pferde und Bauernmarkt Bis 1824 Dann haben ihn nämlich die Grafen von Eulbach Nach Erbach verlegt Es sollte immer eine intelligente Person dabei sein Oh das darf ich heute sein Normaler ist er doch hier der Klugscheiß Freuen wir jetzt endlich aufs Fest Jetzt wollen wir aufs Fest Musik 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 Schi! Hoch! Schön! Laut! Laut! Wild! Ich war sehr laut, ja, aber nur weil ich Mietzu unterhalten wollte währenddessen, weil ich wollte sie einfach beruhigen. Wissen die, dass das gelogen ist? Nein! Nein! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind beim Kinderautos Und da ist eine Mieze, da kann die Mieze mit der Mieze fahren Und da ist eine Mieze, da kann die Mieze fahren Und da ist eine Mieze, da kann die Mieze fahren Und da ist eine Mieze, da kann die Mieze fahren Und da ist eine Mieze, da kann die Mieze fahren Und da ist eine Mieze, da kann die Mieze fahren Hallihallo und guten Tag. Ja, ihr habt es gesehen, wir konnten spontan sogar noch auf einem Konzert filmen. Einen Dank auch nochmal an die Band. Wir fahren jetzt heim und ihr bekommt jetzt zum Abschluss einfach noch ein Bild von der Band eingeblendet. Wie heißt sie? Barbed Wire. Yeah. Ciao, ciao. Ciao.